Ich habe mir schon öfters vorgestellt, einfach mal mit so einem Tier so ein Gespräch zu führen des Sinn des Lebens. Mit einem Löwen, der gerade dabei ist, eine Gazelle zu fressen. Würde ich gerne mal machen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, man hört so schon überall nervige Stimmen. Und wenn man dann noch Tiere reden hört, dann ist man doch nicht mehr ganz knusper in der Birne. Dann wird man ja komplett Ballerballer in der Birne. Ja, stellt euch mal vor, eure Sackflöhe erzählen euch abends was, wenn ihr schlafen wollt. Na, Pippi, wie sieht es aus mit uns beiden? Willst du mal meine Muskeln anfassen? Wenn du magst, kannst du mir beim Trainieren zu gucken. Komm schon. Hey, nicht berühren. Ah, nicht so schüchtern. Verschwinden Sie, los. Du wirst mir viele Klimmzüge ich schaffe? Nein. Du machst mich ganz wild, Baby. So ein süßer Elefant. Was, süßer Elefant? Einmal anfassen kostet 5 Euro. Sagt das deine Perle? Das kostet 5 Euro. Los, 5 Euro. Hier, bitte. Danke. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diese Situation gekommen bin, aber einer muss mir helfen. Bitte, Hilfe. Was ist los denn, du mein Idiot? Das ist meine Nase. Ich habe aber Hunger. Hä? Das war deine Nase? Achso, Mann. Ja, bist du Blöde. Hey, Steven, mich will dich ja nicht stören, aber... Ich kann gerade nicht. Ja, aber bei dir... Boah, da kriege ich gleich hier Vietnam Flashbacks. Im Altenheim, da hatten wir ein Ehepaar in einem Zimmer. Und ich bin reingegangen und ich habe so gedacht, alles klar, das geht so nicht. Das geht so nicht weiter. Das Schlimme war ja noch, die Frau war nicht mehr ganz da und die Frau war zur Hälfte gelähmt. Also, sie war halt im Rollstuhl. So, ich will das gar nicht wissen, wie er das geschafft hat, die Frau in... und das war... Nee, 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 ist echt nicht schön, ne? Willst du nicht sehen? Das ganze Reptilienhaus steht schon in Flammen, komm. Was ist denn da oben los, Steven? Steven! Egal, Süße, ich komme. Steven! Lass ihn doch mal deinen Spaß haben, Mensch. Endlich Feierabend. Oh, das war wieder anstrengend. Ihr Hammer. Wenn noch ein fettes Kind seine Nase an die Scheibe drückt, laufig am Arm. Ihr Leute, habt ihr vorhin die Frau in dem großen Kleid gesehen? Sie sah aus wie eine Presswurst. Ich stelle mir das gerade wirklich so vor, dass sie sich das wirklich so sagen gegenseitig. Hey, wir haben keine Lust auf eine runde Mario Kart. Was machen sie da an dem Auto? Ich rufe gleich die Polizei, Finger weg. Hä? Was machst du? Wenn du die Bollen rufst, dann mache ich die fertig. Ne, Wonspros. Du dumme, dumme Ziege. Sie sprecht mich an und mir fällt nichts besseres ein als Mäh. Mäh. So, bitteschön, dein Futter. Ist das etwa für mich? Ja. Das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank. Aber... Du kriegst für die nächsten drei Wochen nichts mehr. Geht doch. Hallo. Oh, endlich Sommerferien und Wasserboi. Ah, ich liebe das, ne? Wenn meine Vorfahren einfach mal Tierliebe zurückgeben. Gut, meine Vorfahren sind eigentlich Esel. Das stimmt nicht ganz. Aber ich habe auch schon mal gesehen, wie ein Kind vom Esel getreten wurde. Also, manchmal, ne? Muss man, ja. Manchmal geht es ja nicht anders, ne? Oh, endlich Sommerferien und Wasserbombe. So sehe ich aus nach dem Winter. Hey, Johannes, komm rein. Das Wasser ist ganz warm. Lass mich in Ruhe, Dad. Du bist echt peinlich. Oh, jetzt lege ich mich gleich in die Sonne. Wer will mir den Rücken eincremen? Und hier, das majestätischste Tier Amerikas. Gib mir sofort, was du frisst, du Arschloch. Die Hypotenuse ist die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks. Die Länge der Hypotenuse kann mit dem Satz des Pythagoras ermittelt werden. Langweilig. Hey! Da ist dieser grüne Pump schon wieder auf ihn, Leute. Schnapp ihn, schnapp ihn, schnapp ihn, schnapp ihn. Wo ist der? Da ist er, los! Heute erwischt du uns nicht aus dem Weg, Leute. Ich hole ihn. Ja, Wasserspendung. Ich kann mich langsam nicht mehr halten. Kommt schon, was haltet ihr denn alle? Hallo? Hallo? Hey, ihr da, sofort runter von meiner Wiese. Hier wird nicht geknutscht. Habt ihr das kapiert? Verzieht euch, ja? Schatz, die endet sich ziemlich wütend aus. Sofort! Bring dich in Sicherheit, Baby. Ich klär das. Komm doch her, du dumme Gans, wenn du dich traust. Wie nennst du hier, du dumme Gans? Ich bin schwarz, verdammt nochmal. Ich hau dir die Fresse. Willst du damit sagen, ich kann morgen so viel Eiscreme essen, wie ich will? Nee, weil ich die Eiscreme schon gegessen hab. Ich wollte dir damit nur sagen, dass du hättest können, wenn ich die Eiscreme nicht gegessen hab. Das wollte ich damit sagen. Entschuldigung. Papa, sind wir bald da? Äh, ja, eine Sekunde, Kinder. Papa, muss erst mal kurz nach dem Weg fragen. Ich hab vergessen, wo's lang geht. Wissen Sie vielleicht... Das haben meine Eltern auch mit mir gemacht. Über die Straße gelaufen und da haben sie mir immer gesagt, hier, das ist ein sicherer Platz. Das war auf der A4. Bleib mal kurz hier stehen. Wir kommen gleich wieder. Wir haben uns, glaube ich, verlaufen. Ja. Ich hab's überlebt. Ich bin noch da. Okay, danke für die Antwort. Wissen Sie vielleicht, wo's lang geht? Leck mich, du Penner. Alles klar. Wir finden... Alles natürlich von einem Mann, ne? Hier, oben. Also, ich würde erst mal Vaterschaftstest machen, ne? Weil das... Sie sehen nie aus wie meine Kinder. Meine Kinder haben einen roten Arsch. Meine Kinder sind behaart. Wie ein Affe. Das sind meine Kinder. Und so sagen sie nie aus. Und meine Kinder haben keinen Schnabel. Also, irgendwie musst du mir da was sagen, liebe Ente. Ich werde einen Vaterschaftstest machen, ne? Ich bezahle hier nie für fremde Kinder Kindergeld. Also, bitte. Ne, also, wie schon gesagt, also, ich bin schon froh, dass das Tier... Ich glaube, deshalb mag ich auch Tiere, weil die können nicht reden. Und, ähm... Ja, klar. Wie schon gesagt, ich würde... Ich würde gerne mal mit meinem Sackflöhen oder so... Würde ich gerne mal so ein inniges Gespräch halten. Oder, äh... Mit einem Hai, der gerade meine Freundin aufisst. Würde ich schon auch gerne mal so... So... Ja, was ist eigentlich dein Sinn? Was hast du vor? Was willst du noch erreichen im Leben? Auf der anderen Seite... Stellt euch mal wirklich vor... Ihr... Ihr legt euch abends hin... Und... Eure Flöhe reden mit euch. Und ihr könnt einfach nicht pennen, weil... Eure Flöhe gerade einen Streit haben... Wer wo schlafen darf. Der eine will im Auge schlafen... Der andere will in der Niere schlafen... Und der andere möchte gerne auf dem linken Hoden schlafen. Ne? Das ist ja dann auch scheiße. Weil das kriegst du dann ja alles mit. Ja, dann red's auf einmal mit deinen Flöhen. Weißt du, wie schnell ihr einfahrt? Weißt du, wie schnell ihr dann in der Klapse seid? Wenn ihr sagt, ja meine Flöhe redet mit mir. Das macht der eh mal, aber nie wieder, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da. Lasst Kommentare da. Lasst Wortschland da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.